Was sind das denn heute für Clips? Zwei 6Ks hintereinander oder was? Das ist jetzt Ascendant. Das ist ein Schiebebell, Mann! Oh, das ist nie passend. Alter! Also alles unter Immortal, also mindestens Ascendant 3. Alles unter Immortal, das wäre jetzt cringe. Meine Damen und Herren, es geht los! Ich freue mich wieder für eine weitere Runde Guest Rank mit meinem Lieblingschat. Let's go! Prima! Mit Facecam, mit Handcam sogar. Letzter lebender Verbündeter. Eins gegen fünf Ace oder was? Laber nicht. Schön. Noch 30 Sekunden. Spike in B. Und vier. Ein Gegner übrig. What the fuck is this? Telefon bereit. Ah! Never. Smurfen? Na, wunderprima! Einfach 6K, wunderprima. Ist das österreichisch? Radiant? Nee, auf Radiant hätten die Gegner nicht so hart reingetrollt. Warum? Guckt euch mal die Team Comp an. Sage, Fate, Sova, Yoro. Und vier. Ein Gegner übrig. What the fuck is this? Ich sag, das ist so ein solides Platin 1 maximal. Oder Gold sogar. Also beim Chat ist von Silber bis Radiant alles dabei. Vor allem spielt er auf Deutsch. Ich gehe hier für Platin 1, Diamond 2. Ah, ist nicht so weit daneben. Das war weird. Okay, ab geht's. Dich so runter. So, den habe ich gar nicht gesehen. Wegen der... Oh, Junge, der hat recht komische Farbsettings. Ich sehe davon kaum was. Der war low. Left-handed, by the way. Wenn wir kurz rauspushen, deckt der Pfeil das nicht auf. Das wird wieder ein kleines Aim-Ace sein, ha? Dich, rechts! Was sind das denn heute für Clips? Zwei 6Ks hintereinander, oder was? Wollen wir jetzt mit Diamond gehen? Also vom Aiming war das besser als Diamond. Bin ich ehrlich, ne? Gold 3. Silber 2. Immortal 1. Der Chat ist euch einig. Ich gehe hier... Das war clean. Ascendant. Silber 2. What are you doing in... Dinger, du bist nicht Silber 2. Also mal... Ich habe jetzt schon viele Gaster Ranks gemacht, ne? Aber mit dem Cross-Up-Placement und mit dem Aiming bist du nicht Silber 2. Drei FPS Clips. Ich liebe sie. Dumbledore wird gepusht. Mitte wird gepusht. Mates fallen schon alle um. Das sind wieder so Mates, die Gegner, die in den CT spawnen, pushen, Alter. Ist das eine Guardian? Ne, er spielt einfach die Vendel wie eine Guardian. Hat sich nicht gehealt an der Stelle. Schöner Pop-and-Swing. Schöner... Guck mal, wie die Gegner auch schon wieder alle richtig greedy sind, ne? Stehen nur 11-9 vorne. Die können das sicher runterspielen. Aber ich sehe schon, äh... Ich sehe es schon kommen, ey. Noch ein Ace? Lange wird das sein, hä? Oder hätte ich die Corner nochmal ein bisschen besser gecheckt? Okay, seid einfach alle Legenden, oder was? Schöner Defuse. Okay, das eine war Diamond 2 mit dem 6-Game. Danach war Silber 2. Das war jetzt auch wieder echt schön geaimt. Aber dadurch, dass die Gegner so übelst hart los waren, würde ich jetzt auch mit Gold gehen. D3, Platin, Immortal. Gold 1. Ich gehe mit Gold 2. Das ist jetzt Ascendant. Was ist das heute hier? Nächster 6k, hä? Ich gehe los. Ich gehe los. Das Spiel kann nicht mehr posten. Oh. Okay. Race ist taub. Schön. Haben wir neu angesetzt. Ult läuft. Molly. Man hat noch zwei Flashes und Knife. Das Knife würde ich jetzt gerne für Info nehmen. Man weiß, Mate is main. Willst du's Ace? Willst du's Ace? Im 2 gegen 1 bei 3, 6. Okay. Ich will mich jetzt nicht erst asen. Wuhu! Let's go! Shit! Das ist im Übrigen die Ace Edition. Fun Fact. Ähm. Also das Ding ist, Game ist clean. Aber... Game Sense auch. Aber... Du hast deine Utilities nicht richtig eingesetzt. Also ich hätte mir noch gewünscht, die eine oder andere Flash oder das Knife zu sehen. Das heißt, entweder bist du kein Chaos Spieler oder du bist kein Ascendant Spieler. Hier geht's jetzt von Silber 2 bis Platin. Dir 1 ist das Höchste, was ich gerade sehe. Ist das Höchste Gebot. Mh... Ich würde hier mit... Diamond 1 gehen. Das ist Gold 3! Digga! Das ist ein Lebebeil, Mann! Es wird wieder ein Ace. What is happening here, guys? Das ist die ganzen Aces aus der Community. 1 gegen 5 Ace. 10 Bullets. Und hat nur die Phantom. Phantom in the Dream. Die Lefthände Spieler machen wohl permanent Aces, David, würde ich sagen, oder? Oh, ich warte mal noch auf die Wand. Die Game Sans gefällt mir. Did you enjoy the show? Ja, Chet. Enjoyt ihr das? Schreibt es gerne in die Kommentare. Leute, ich habe keine Ahnung. Gold 3, Dia 1, Platin, Ascendant 2. Das Ding ist so lost wie die Gegner hier. Also, das muss ein Unrated gewesen sein. Leute, immer nur Ranks reinsenden. Weil was der Chamber hier gemacht hat, da ist er schon tot. Der ist ja reingesprungen und hat ein 360 machen wollen. Keine Ahnung. Das ist entweder hart getrollt oder es ist Gold 3. Gold 2 sogar! Das ist das erste Mal, dass er sich annähernd da dran lag. Von der Schätzung her. Okay. Also, es ist entweder ein hartes Trollgame. Es ist ein hartes Trollgame. Was haben die Gegner da gemacht? What the fuck? 1 gegen 5 verloren. Aua. Okay. Endlich mal. Noch 4, noch 4, noch 4. Gäste es, okay? Schon wieder. Ich sehe schon wieder, dass Ace kommen. Das ist die Ace-Edition. Mir wurde das nicht mitgeteilt. Chill, Faith. Chill. You can do that. You can do that. Guck mal, wie da oben ihn einfach so richtig so ganz toll. Aber guck mal, kompletter Gegensatz zu dem Kill gerade eben, ne? Ist jetzt... Bro. Hat der irgendwelche Anfälle? Was macht er? Was sind das für wilde Plays? Aber es wird kein Defuse, oder? Schade. Nein, da war schon der zweite Kreis. Nee, hätte er wirklich nicht defuse können. Aber wenn der zweite Kreis da ist, schafft man es nicht mehr. Das hört man aber auch. Ja, da sind die Tricks dabei. Du hast so gut aus Aiming. Kannst so easy nach Platin schaffen, aber du bist Platin 1. Silber 2. Ja, die fliegende Katze hat sogar selber zwei gegäst. Felix war auch nah dran, Lupal auch. Ey, wenn wir das schaffen, ne? Auch hier nochmal an die Leute auf YouTube, die zuschauen, wenn wir einen Node.js-Entwickler in der Community haben, schreibt mir bitte gerne auf Discord. Rayna Pistol und erste Runde auf Haven. Sieht nach einem High-Elo-Gameplay aus. Jetzt schon. Oh, wenn man den Rayna overhielt in Runde 1, ist das so assi, ey, wirklich. Nee, jetzt einfach weiß ich nichts, wenn es die Kundität. Auf Haven. Ascendant meine ich natürlich. Ja, Nummer 1. Ja, Ascendant. Äh, äh, Ascendant ist... Ascendant! Yes. Oh, da kommt viele Katz-Fork. Oh, 55 Chamber, 46 Finis. Digga. Oh, da werden. Oh, nice. Nie passt mir dann. Immortal Radiant? Digga, was hast du hier für ein Re... Also, das... Ghost-Gameplay, das musst du mir mal beibringen. Das hier, das hier. Oh, da werden. Oh, nice. Nie passt mir dann. Das muss Immortal sein. Also, alles unter Immortal... Also, mindestens Descendant 3. Alles unter Immortal... Das wär... Das wär jetzt cringe. Das wär jetzt cringe. Dankeschön! So sieht die Immortal-Gameplay aus. Kannst gerne mal mit dem Film vorbeischauen, Mann. So, nächste Runde. Hall. Meine Augen. Cringe, cringe, cringe. 2016. Ich bin halt ein Boomer, Guys. Das ist ein interessantes Smoke. Die ist doch übel kacke, oder nicht? Genau, deswegen. Landspot war aber auch stark fragwürdig. Also, damit ist das einfach direkt unter Gold-Elo... Oder unter Platin-Elo gefallen, zumindest. Jet schon am Puschen hinten. Es wird kein Ace. Wait. Alter, ist das M da oben im Killfeed falsch? Das war doch Rex, nicht Max. Aber das ist auch ein Viewer. Max kenn ich. Das ist auch ab und zu mal im Chat. Digga, Spray-Transfer seinen Vater, ey. Bro, das hätte auch VCT sein können, ne? Guckt euch das mal an. Guckt euch, deswegen spielt der Phantom Guys. Eins, zwei, drei. Alter. Schade, dass das... Jet, was sagt ihr? Tier 3 nur. Leute, so einen Spray-Transfer habt ihr nicht in Tier 3. Eisen 3. Ne, das ist jetzt ein harter Troll. Platin, Silber. Ne, Leute. Ich sag, das ist auch wieder Emo. Ich sag, das ist Emo 2. Schöner Spray-Transfer für einen Platin-Spieler, muss man dazu sagen. Jetzt Window-Morlin und kurz pushen. Ne? Scheiß auf Fähigkeiten, Digga. Das ist halt so mein Nachteil, ne? Ich bin scheiße im Aim, also versuche ich es mit den Fähigkeiten zu kompensieren. Aber wenn du einfach eine Maschine bist, brauchst du Fähigkeiten noch einfach nicht. Töte das einfach alles. Das Zurückziehen. Acht Schuss. Acht Bullets. Let's go. Da braucht nur vier. Auch wieder ein 4K. Schön gespielt, aber das jetzt... Ich kann das nicht einschätzen. Gold 2, Ascendant 3, Platin 2, Silber 3, Silber... Dia 2. Leute, das Game, wo wir Chat gegen Lamy spielen, das wird so interesting. Wirklich. Gold 3, Platin 2, Silber 1, Bronze 3. Dia 1. Das sieht nach Dia-Gameplay aus. So habe ich auch auf Dia gespielt. Eight Bullets. Vielleicht auch Platin. Aber ich würde es dir gönnen, wenn du Diamond bist. Diamond 3 sogar. Ja. Hätte ich jetzt auch gesagt. Sieht nach Diamond-Gameplay aus. Okay. 4 gegen 4, Fracture. Beide haben einen Full-Boy. Man hat so wenig vom Game gesehen, ne? Aber alle haben die Waffe links, ja? True. Ich würde das jetzt aber auch wieder auf High-Helo schätzen. Utility-Einsatz von der Fate ist da, vom Omen ist da. Das war jetzt relativ lucky, dass man halt zwei holt. Was der Omen da gemacht hat, habe ich jetzt nicht verstanden. Dass die Rayna da nicht trifft, habe ich auch nicht verstanden. Also, wenn die Gegner Ascendant sind, dann hätte ich die gerne mal als Gegner. Aber die haben doch irgendwie geschafft, drei Runden zu holen. Das sagen viele trotzdem Ascendant. Platin. Ich glaube, mit Platin würde ich mitgehen. Weil, ich meine, dein Aiming ist clean so. Was haben die Gegner da gemacht? Die Gegner machen mich echt ein bisschen zass. Deswegen, ich glaube, mit Platin 3 würde ich auch gehen, Kairo. Joa, Silber 3DG. Okay, ein letzter Clip. The Rayna of Breeze. Ein letzter, okay? Schön gelesen. Waffe hier. Ist das eine Affball von euch, oder was? 3-2 könnte sein. Das ist der Klon. Anhand vom Crossout Placement und der Reaktionszeit würde ich alles über Diamond ausschließen. Ist trotzdem kein schlechtes Aiming. Und man weiß natürlich, der letzte war Double Doors, weil er von dort den Klon aus gesendet hat. Ah, ist aber schon inzwischen Cave. Diamond oder... Diamond ist vielleicht sogar zu hoch. Aber trotzdem ruhiges Aiming. Also, darf man nicht runterreden. Aber die Reaktionszeit ist ein bisschen älter, hätte ich jetzt geschätzt. Gold. Viele gehen jetzt mit Gold. Ich will eigentlich nicht mit Gold gehen, weil Gold wäre unverdient. Platin würde ich sehen. Platin wäre... Platin 1. Ihr habt schon wieder recht gehabt, Chat. Einfach Gold. Na gut. Aber Platin solltest du auf jeden Fall schaffen. Dann würde ich sagen, war das wieder eine Runde Gäste-Rank. Schaut gerne im Stream vorbei. Dann machen wir das Ganze live. Und... Vergesst nicht, den neuen Kanal zu abonnieren. Haut rein.